So, moin Leute, was geht's? Mein Name ist Udo Gamescom auf der Playstation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar werden wir heute und ich meine heute etwas machen, was wieder wie bei den Tieren, die ich mal getötet habe in GTA, äh, äh, wieder für Aufsehen erregen wird. Und, ja, wir gehen in den Waffenladen. So, noch nichts Spektakuläres dran, aber was ich dann vorhabe, das grenzt schon an Wahnsinn, an Perversität oder wie heißt das? Ist mir doch egal, wie das Wort heißt. Auf jeden Fall ist es pervers, was ich vorhabe. Und, das muss ich gleich... Jo, Brudermann, hey, hab ich nicht gesehen, komm rein. Shit. Okay. Also, äh, wir laufen jetzt mal zum Waffenladen und dann decke ich mich mit Munition ein und dann, als zweiten Schritt, mache ich etwas Krankes. Holy shit. Nee, nicht das. Kommt mit. So, da ist der Waffenladen. Den kennen viele von euch. Ups, ich muss mir angewöhnlich mal so first, so viel first person zu zocken, weil ich nach einer Stunde sonst wieder Migräne habe und wieder kotzen tue, Schweißausbrüche habe und noch vieles mehr. Also, gehen wir rein und, äh, Pistolenmunition haben wir ja genug. Also, wir decken uns ein mit dieser Munition. Habe ich noch... Diese Munition... Oh, nee, warte. Diese Munition, ja, diese Munition, ach, das reicht mir alles schon. So, als nächsten Schritt, mache ich den Passivmodus rein. Ach so, ich bin Leitwächter. Äh, ja, Sir, äh, ich komme, Sir. Schnell, Sir. Sir, Sir. Schnell, Sir. Nein, ich bin tot. Ich bin einer gepanzerten Limousine von Rockstar Games für über eine Million Dollar. Das ist schon krass. Na ja, ich habe ja gesagt, ich will was Krankes machen, was Perverses machen. Und das mache ich auch noch. Und da würde ich mal sagen, gehen wir mal ins Auto rein. Ich habe irgendwas angenommen, dass ich Leitwächter bin. Du kannst mich gerne rausschmeißen. Ich will überhaupt kein Leitwächter sein. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Sondern, ich habe eher Bock. Ach, er trifft mich nicht mal. Boah. Also treffen wir es nicht, deine Stärke, oder? Ja, macht dir nichts, gell? So, ich habe gesagt, ich will was machen. Und zwar... Boah, wer verfolgt mich ja die ganze Zeit? Kann ich nicht mal meine... Genau, was wollte ich eigentlich machen? Stirb! Warum stirbt der nicht? Ja, was ich eigentlich vorhatte, war eigentlich, hier rein zu stürmen, dem jungen Mann hallo zu sagen und ihn dann abzuknallen. Nein! Ich wurde... Oh! Naja, so Pervers ist das auch nicht. Aber ich wollte das eine schöne... Ich wollte eigentlich so einen Witz machen. Ich wollte da ganz gemütlich rein. Aber das kann man ja gar nicht, weil hier die ganzen Spieler mich hier versuchen anzugreifen. Toll, ich habe dir mal einen Witz kaputt gemacht. Boah, das ist doch dieses... Diese beschissene Kuruma da, die an der Seite nicht gepanzert ist. Habt ihr gesehen? Hier! Gepanzert! Das Ding ist nicht gepanzert. Die Seitenscheibe ist sowas von... ...ungepanzert. Gibt's gar nicht. Auch die BG Motherfucker. Verreckt alle. Ich knall euch alle ab. Boah, Alter, jetzt geht's hier richtig ab. Was sind los? Drogenkrieg ist ja ausgebrochen in Los Santos. Boah. Boah, ich will kein... ...kannst du mich auch irgendwie rausschmeißen? Geht das nicht? Naja, egal. So, so, live... Ah, verdammte Scheiße. Außer Gefecht. Wie ich das hasse, bin ich schon Call of Duty gewöhnt. Okay, Sir. Äh. So, wo ist die Person, die ich beschützen muss? Ey, du... ...verdammte Scheiße. Okay, Mann, ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich muss... Ich muss die PS4 ausschalten. Nein! Was ist jetzt los mit mir? Meine KT sinkt ins... Ah, nein! Schlimmer kann es gar nicht werden. Verdammte Scheiße, du... Äh. Stirb! Ach. Ach so, ich muss die ja beschützen. Sir, 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 Sir. Äh, Präsident. Äh, nein! Okay, ciao. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer 2Games.com auf der PlayStation 4. Und ciao. Boah. Ich kann nicht mehr. Leute.